Hey Leute und willkommen zu diesem monatlichen Best-of auf meinem Kanal. Ich habe ja versprochen, dass es immer ein monatliches Best-of gibt, allerdings komme ich nie dazu, das zu schneiden. Das ist halt auch echt gar nicht so unaufwendig, sag ich mal. Ich habe jetzt einen guten Kumpel gefunden, der gesagt hat, hey, ich mache das super, super gerne für dich. Also Grüße gehen raus an den lieben Nick. Dankeschön auf jeden Fall. Er wird das jetzt hoffentlich jeden Monat machen. Er macht das auch ziemlich, ziemlich gut. Wenn die Qualität ein bisschen schlechter ist, dann liegt das halt daran, dass es halt doppelt und dreifach gerendert ist. Aber das macht nichts. An sich ist das Best-of mega, mega cool. Das Ganze bekommen Mitglieder auch früher auf meinem Kanal. Das sage ich jetzt nochmal dazu, Leute. Falls ihr Mitglied auf meinem Kanal seid, könnt ihr gerne neben dem Abonnieren-Button machen, die Mitgliedschaft abschließen. 4,99 monatlich jederzeit könnt bei. Ihr habt dadurch mehrere Vorteile. Im Stream kriegt ihr ein Logo, ihr kriegt extra Emojis, die werde ich bald einrichten. Ihr bekommt Videos wie dieses, dieses monatliche Best-of und das jetzt jeden Monat. Ähm, immer ein paar Tage früher. Also für die Mitglieder ist das hier am 10.6. um 19 Uhr rausgekommen. Und für euch normale Zuschauer, sage ich mal, natürlich seid ihr natürlich auch herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ähm, aber für, für die anderen kommt es halt eben dann ein paar Tage später. Ich glaube, es ist jetzt Donnerstag, Freitag und in Dreh irgendwas. Äh, seht ihr gerade dieses Video. Also ungefähr 4, 5 Tage später. Und das wird auch mit anderen Videos so sein. Zum Beispiel werde ich jetzt das Abo-Special demnächst releasen. Ich habe daran jetzt ewig geschnitten. Das ist auch mega aufwendig gewesen. Das wird ein bisschen früher für Mitglieder verfügbar sein. Und, und, und. Also solche Sachen. Ich werde auch bald ein neues Projekt auf meinem Kanal starten. Was heißt Projekt, ein neues Format, wo ich, ähm, mein Leben ein bisschen in Fakten erzähle. Und ihr da mitgraten könnt. Ich werde immer einen echten Fakt erzählen. Und einen, den ich mir ausgedacht habe. Und ihr könnt dann immer so ein bisschen mitentscheiden. Auch diese Videos werden die Mitglieder ein bisschen früher halten. Das mache ich einfach aus dem Grund. Weil ich eben die Mitglieder ja irgendwie werben muss. Und das sind halt dann die Vorteile. Nichtsdestotrotz, lang genug gelabert. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Mit diesem Best-of. Let's go. Vlog. Eins, zwei, drei. Test. Eins, zwei, drei. Ich kann nicht reden. Der Mike hat gerade den Akku gewechselt. Irgendwann töre ich dich. Ich fühle mich jetzt wie so ein Reporter. Was sagen Sie dazu? Lass den Bier in Ruhe. Lauf mal bei Raub. Ja, nimmst du schon? Ja. So super. Das, das Bier. Wie filmst du? Ja, genau. Mann. Alter, dieser Kamera-Wand, der Typ. Oh, Junge, du Stück Scheiße. Ich nehme mir wirklich nicht die Bahn, um ein Scheiß-Video zu machen. Der eigene Glipp halt auch. Oh, oh. Lauf einfach. Sehr gut, Mike. Film, Musik, Video. Ey, lauf doch weiter, das war's. Ach, Mensch. Das waren die Outtakes. Der Big E kann ich mal bitte raushauen, genau so, und dann richtig reintreten. Richtig auf die Frösse, ne? Oh, wie gut wir sind. Oh, 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 oh. Sag ich also, übers Netz, oh. Ey, du bist scheiße. Ja, das war aber jetzt. Wir sind immer quitt. Nimmst du denn Elias mit seiner Gitarre? Elias im Bad. Alter, doch auf, Mann. Ja, moi, der ist das, Alter. Ja, mit seiner Gitarre. Das ist ein Metalhead. Kannst du mich mit dir rausschmeißen? Nee, ich erhol mich jetzt erst mal. Hau bitte Chuck Norris raus. Ja, und dann hau ich dich raus. Und dann kommst du neu rein und haust mich raus. Nein. Ich will den anderen. Guck dir den an. Was ist das für einer? Ja, hau mich. Ja, genau. Oh, Gott. Jetzt lass dir mal die Männer kämpfen. Das geht ja schon wieder schief. Ich hab dich doch aufgefallen. Die Männer kämpfen, ich bin raus. Aber gar keine Ahnung. Bobby. Bobby Fisch. Der ist aber gar nicht so schlecht. Der ist gar nicht so schlecht. Das ist mein Kumpel von der Karriere. So ein halbes Kumpel. Also geh doch mal weg. Ich bin... Ja, Bobby Fisch. Komm, das ist mir raus. Nein, jawoll. Nein, jawoll. Die kuschelt. Die kuschelt. Die kuschelt. Sieht es Thomas, habe ich auch noch nie gesehen. Einfach. Ja, guten Morgen. Ey, Junge, lass doch das mal. Nein, ich wollte, dass sie dich... Nein, jetzt reicht es mir. Ja, hau mich raus, hätte ich echt nichts dagegen. Dadurch richtig Spar. Das habe ich schon mal nicht gemacht. Aber jetzt die erste gezeiterte Runde hinter Stroll, der immer noch weiter fährt. Das gefällt mir nicht ganz so. Nein, der nervt ja auch total. Der Bottas oder so ist vor mir, glaube ich. Irgendein Mercedes. Der nervt richtig krass. Ich bin vor dir. Ja, du bist aber noch viel weiter vor mir. Nein, hä? Ich bin... Ach, du bist vor mir. Der nervt ja richtig krass. Der... Leck mich. Ich war so zu arg dazu bekommen und du bist aber auch so richtig langsam. Ich dachte, was da los ist. Leck mich, Alter. Ne, Alter, das gehört direkt auf. Natürlich bin ich auch langsam, weil vor mir Stroll ist. Oh, ich habe Lila den Sektor gerade gemacht. Vor mir ist einfach Stroll und der fährt nicht, der Typ. Ja, ich dachte, der auch ist der, weil mir ist einfach so, was langsam ist, was ist das denn für ein Spack, ey? Oh nein, ich drehe mich. Ja, nein. Ja, Stroll vorbei. Das ist krass, wurde ich schon ein paar Mal. Nein, mein Rennen ist aus. Nein, ganz. Zum Glück nicht. Wo bist du? Da bist du, da bist du. Pass mal ein bisschen auf, hier ist irgendwas, da bist du, ja, hi. Oh. Ist es jetzt aus? Fünf Sekunden Stop and Go Strafe, ja, wen willst du verarschen? Weil du keinen Ghost-Mod hast, ne? Ja. Bist einfach rausgefahren, oder? Ja. Alter. Sauber. Hauptsache Gasly ist jetzt wieder vor uns. Und jetzt direkt F1, das läuft auf jeden Fall. Ja, die KI hat der Jan vorhin hochgestellt. Auf und von. Das will ich nicht verraten. Willst du nicht verraten? Ne, für die Zuschauer irrelevant, das ist nur besser. Haha. Schneiden wir das raus? Nein. Das ist ja richtig dumm. Ich frag dich so, ja, wie hast du denn Schwierigkeiten gerade hochgestellt? So, das will ich nicht verraten. Das ist doch nicht dumm. Das klingt dumm. Es geht nur darum, dass ihr unterhaltet werdet. Nicht auf was wir nur Schwierigkeiten spielen. Genauso wenig, euch zu interessieren, was für Hilfen wir anhaben. oder die jungen jetzt geht er richtig in anderen Späck das ist so voll also das hat mich gar nix zu interessieren was wir wir verheilen ja jetzt ist es sowas von egal als Zuschauer also ich gucke doch einfach nur zu ob die der leichtesten oder auf der schwersten Einstellung fahren ist es nein aber Leute braucht jetzt wirklich nicht denken dass wir schlecht fahren also wir fahren schon viel wir fahren schon gut wir fahren auf jeden Fall auf schwer dann hätte ich ja 25 Punkte bekommen du warst sowieso schon raus Spielstopp oh nein das wird keine gute Lunde ich bin richtig ich hatte nicht den Querstern dabei Spielstopp manche wieder so einen halben Quersteller ich sag ja 1 25 habe ich am Anfang gekollt aber das habe ich erst mit meiner zweiten wahrscheinlich ja der dritt ja das ist auch lächerlich aber da kannst du also viel schneller kannst du auch gar nicht fahren ne ne aber so ja und da bin ich schneller als du zweiter Sektor habe ich zwar verkackt immer aber und ich weiß dass ich da schneller kann eigentlich ja und da hast du halt wirklich die Zeit groß raus gefahren jo passt ich bin zufrieden Tempo gerade da bin ich wahrscheinlich irgendwie so 20 Stunden ja dann bleiben wir erst die letzten Sekunden ja 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 Das ist eine gute Frage, man. Ich fahre jetzt einfach mal. Leute. Ich fahre jetzt einfach mal weiter. Keine Ahnung. Also er ist ja raus. Wir müssen wahrscheinlich neu starten. Mann, jetzt wo ich Zehnter bin. LOL. Die waren jetzt alle an der Box. Wie viel Reifenabnutzung habe ich denn? 15. Ja, wow. Das geht locker, easy. Ich habe aber nicht auf Vordergrad gestellt, merke ich gerade. Deswegen fahre ich auch nicht so bombenmäßig. Und das bringt auch im Abtrieb nochmal. Äh, im Reifenabnutzung nochmal raus. Mein PC ist abgestürzt. Hi. Ich fahre übrigens noch. Ja, du kannst gerne weiterfahren. Ich habe gerade schon zum Zuschauer gesagt, was passiert. Deiner fährt auch noch weiter. Ich weiß nicht, ob du noch reinjoinen kannst. Du bist auf jeden Fall ein paar Plätze weiter vorne. Ja, aber mit der Aufnahme ist das natürlich auch komplett kaputt, ne? Ist die komplett weg? Ja, ja, scheiße. Da war falsch rumfahren. Mann, ich will dich doch wegrammen. Das könnte man auch... Warte, das mache ich. Das geht nicht. Doch, natürlich. Warum soll das nicht gehen? Dann kommt man irgendwie undisqualifizieren. Also ich habe... Ja, ist doch egal. Hä? Ja, aber du wirst relativ schnell disqualifiziert. Nein. Ich habe schon zwei weggerannt. Kommt euch, kriege ich. Kommt noch einer entgegen? Ja, der kommt noch. Boah, fuck. Das war so knapp. Mann. Ja, ich warte, bis noch einer kommt. Warte. Und jetzt. Fuck, ich habe es verkackt. Weil mein Frontflügel mich weggedreht hat. Egal, ich probiere es einfach nochmal. Bei dem nächsten, wenn ich nicht wieder disqualifiziert werde. Jetzt. Konnte ich machen, weil eben gerade alles abgestürzt ist. Auf jeden Fall ganz sexy. So mache ich das gleich im Rennen, oder? So machst du das? Ja, genau so. Ja, genau so. Jetzt nochmal. Oh, oh. Oh Gott. Oh Mann, sind wir doof. Oh. Junge, das war ich knapp, weil ich aufs Gas gedrückt habe in dem Moment. Alter, ich bin in der Wand. Oh, jetzt starten wir auf RS0 und bist so dumm. Jetzt haben wir einen richtigen, schlechten Start. Du hast damit angefangen. Ist, glaube ich, eine gute Idee. LOL! Was ist das denn? Den sollte man ins Gefängnis stecken? Also ganz ehrlich, wenn Hamilton hier irgendwas gewinnt, ne? Dann ist das ja sowas von Reis. Der hat ja einfach mit Absicht, Sirotkin hat weggekickt. Oder Stroll. Ne, Sirotkin war es. Das war's jetzt mit diesem Best of. Danke fürs Zuschauen. Mega cool, dass ihr am Start wart. Ich hoffe, ihr fand es auch so cool wie ich. Wenn ihr Tipps für den lieben Nick habt, gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Haut rein. Und ciao, ciao. Outro Bis zum nächsten Mal.